Zeigst Interesse, du fällst auf die Schnauze. Du zeigst kein Interesse, es tut sich nichts. Egal was du tust, du hast immer wieder das Gefühl, dass das, was du machst, keine Resultate bringt. Und du fällst immer wieder auf die Schnauze. Okay, so, wir haben hier ein Riesenproblem, was wir einmal von mehreren Leveln aus beleuchten müssen. Herzlich willkommen im Freundinnenfinden-Podcast, dem Podcast, um Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Nämlich als Mann mit Herz und nicht als irgendjemand, der versucht, Frauen rumzukriegen und sie dann wieder fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel. Das ist nicht, worum es hier geht. Darum wollen wir auch diese drei Level einmal ganz besonders anschauen. Im ersten Level haben wir natürlich, was soll ich ihr sagen, wenn ich sie anspreche? Okay, was soll ich ihr sagen, wenn ich mit ihr auf einem Date bin? Was soll ich ihr sagen, wenn ich sie küssen will? Und so weiter und so fort. Das werden wir heute beleuchten. Was wir auch beleuchten werden, ist aber das viel tiefer liegende Level. Das Level des eigenen Selbstvertrauens. Warum du immer wieder auf die Schnauze fällst und warum du nicht das sagst, was du eigentlich sagen möchtest? Wir machen das seit über zehn Jahren. Hinter mir siehst du ganz viele glückliche Teilnehmer bei uns im Coaching und noch viel mehr, wenn du uns googelst oder wenn du einfach mal auf YouTube nach den Andy Friday Bewertungen schaust oder Andy Friday Erfahrungen. Mit dabei unser geliebter Selbstbewusstseinscoach Dominik van Aave. Yes. Und über das, was wir heute sprechen, wenn du dich schon mal in irgendeiner Form mit emotionaler Unabhängigkeit beschäftigt hast oder das von uns schon mal gehört hast und du nicht wirklich das greifen kannst, das ist deine Folge. Weil genau darüber werden wir heute auf dem zweiten, dritten Level, wie Andy gerade schon gesagt hat, sprechen. Und das wird sehr mindblowing. Ja, genau. Darum ein bisschen länger als sonst. Hörst dir an. Bis zum Schluss. Freue mich drauf. Vielleicht geht es dir da ähnlich, dass du immer wieder versuchst, bei Frauen zu landen, sie anzusprechen, ihre Nummern zu bekommen und dann hier und da klappt das vielleicht sogar. Und dann denkst du dir, ja, sehr gut, jetzt geht es voran, jetzt klappt es endlich mit den Mädels, jetzt klappt es endlich in meinem Beziehungsleben. Und dann fragst du sie nach einem Date und plötzlich, oder du schreibst sie an mit, hey, bist du noch gut nach Hause gekommen? Oder was auch immer. So einfach das erste Mal anschreiben, nachdem du ihre Nummer bekommen hast. Oder wie gesagt, das Gespräch geht schon etwas länger. Und dann schlägst du aber das Date vor und dann kommt keine Antwort. Oder auch direkt auf das Anschreiben kommt keine Antwort. Aber wie kann das sein? Sie hat dir doch ihre Nummer gegeben. Und endlich hat es geklappt. Jetzt muss doch endlich mal da ein Date rausspringen. Und du legst alle deine Hoffnungen in diese Frau und dann verschwindet sie einfach. Und dann wirst du sowas sagen wahrscheinlich wie, ja, das ist doch voll respektlos, dass sie einfach da nicht mehr antwortet. Sie kann doch wenigstens sagen, was Sache ist. Wahrscheinlich wirst du da sehr verzweifelt sein an dieser Stelle, sehr frustriert sein. Wirst du die Frauenwelt nicht verstehen, wirst diese Frauen nicht verstehen, wirst an dir selber zweifeln. Und wirst wahrscheinlich so etwas sagen wie, ja, mit Frauen, da kriege ich halt immer aufs Maul, da falle ich immer auf die Schnauze. Da lege ich alle meine Hoffnung rein und dann werde ich doch wieder enttäuscht. Und so geht es, also wenn es dir so geht, dann bist du damit bei weitem nicht alleine, denn so geht es sehr, sehr vielen Männern. Und in dieser Folge soll es genau darum gehen. In dieser Folge soll es genau darum gehen, wie du genau diese Erwartungen, vielleicht, jetzt möchte ich sagen managst, aber es ist nicht unbedingt, dass Erwartungen zu managen, sondern einfach mit diesen Erwartungen, diese so zu formen, dass du da mit Unabhängigkeit drauf reagieren kannst. Denn das ist das große Problem darunter, warum du so zerstört bist, wenn eine Frau dir nicht antwortet, wenn eine Frau dich ignoriert, wenn es mit einer Frau auf dem Date nicht klappt, wenn es nach dem ersten Date nicht klappt und so weiter. Das ist das große Thema, die emotionale Unabhängigkeit. Ja. Und ich möchte direkt als am Anfang, weil du das gerade so schön gesagt hast, dass du da nicht alleine bist als Mann, möchte ich das direkt einmal erweitern und direkt zum Kernpunkt kommen. Denn wenn wir hier im Freundinnenfinden-Podcast von Frauen kennenlernen, Frauen erobern, sprechen, dann tun wir das nicht mit dem Hintergrund, Frauen rumzukriegen und das zu bekommen, was du willst und sie dann fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel, sondern eben nicht, sondern eben diese Beziehung, diese tiefe Verbindung in den Vordergrund zu rücken. Und wie können wir eine tiefe Verbindung haben, wenn wir nicht verstehen, wie es Frauen bei der ganzen Sache geht. Und du hast gerade gesagt, das ist völlig richtig. Dann sind wir frustriert, dann denken wir, boah, ich mache immer wieder dieselben Fehler beziehungsweise wir fangen dann an sogar zu sagen, es liegt nicht an mir, sondern es hat keinen Sinn. Frauen haben immer wieder dann kein Interesse oder verlieren ihr Interesse oder hauen ab oder sind wie ein Fähnchen im Wind und so weiter und so fort. Und was du gerade beschrieben hast, ist eins zu eins, was ich auch schon vom Emotionalen, eins zu eins, was ich von Frauen schon gehört habe. Wirklich eins zu eins, dieser Frust, dieses Gefühl von, ich mache immer wieder dasselbe und ich habe immer wieder dieselben Resultate. Wo sind denn die tollen Kerle? Soll ich es aufgeben? Ich möchte einfach nur eine schöne Beziehung haben. Und ich weiß, was dann viele Männer dann vielleicht sagen. Die sagen dann vielleicht, ja, aber Frauen haben immerhin Auswahl. Frauen haben dann immerhin dann Männer, die sich für sie interessieren und die sollen sich halt nicht so haben und halt den richtigen aussuchen. Okay, spannend. So, weil ihr Problem ein anderes ist, weil sie mehr Auswahl haben, in Anführungsstrichen, ist auch nicht bei allen der Fall, aber bei vielen. So, Frauen haben Auswahl, Männer zeigen Interesse und sie könnten sich jetzt den richtigen aussuchen, finden aber trotzdem nicht den richtigen. Da sollen sie einfach nur sich nicht so haben und einfach mal sich settlen und einen Mann auswählen, der gut genug ist. Spannend. Aber wenn ich dieselbe Frage zurückstelle an dich, dann ist die Antwort immer dieselbe, wenn ich die an Männern stelle. Würdest du das tun? Würdest du einfach dich mit etwas zufrieden geben, mit einer Frau, die nicht zu dir passt? A. Die Antwort ist nein. Und B. Wenn es für sie so einfach ist, einfach mal, wie viele das halt sagen, einfach mal sich zu entscheiden und dann halt sich jemanden auszusuchen, warum ist es dann für dich oder für die Männer nicht genauso einfach, einfach mal emotional unabhängig zu sein und nicht die ganze Zeit, sobald eine Frau dich mag, deine Hoffnung in sie zu legen und sie dann zu behandeln, wie ihr die größte Königin auf der Welt und dich selber zu vernachlässigen, dich selber zu verkaufen, unter Wert, weil du unbedingt ein Resultat brauchst, wie so ein kleiner, bedürftiger Dackel. Also, wenn es doch so einfach ist, warum tust du es dann nicht auch? Weil das ist die Lösung. So, aber es ist nun mal nicht immer so leicht, seine eigenen Gefühle im Griff zu haben. Wir sind nun mal alle geprägt von unserer Umgebung, von unseren Erfahrungen und von unserer Angst. Und wenn wir Angst haben, jemanden zu verlieren, dann machen wir ganz komische Dinge. Ganz komische Dinge. Dann verkaufen wir uns unter Wert, dann sind wir nicht authentisch, sagen nicht das, was wir wirklich sagen wollen. Und das machen alle beide. Das machen Männer, das machen Frauen, das machen wir alle, weil wir Menschen sind. Und dafür Empathie zu haben, das zu verstehen, das wird dich schon so viel weiterbringen mit Frauen und mit deinem Resultat. Weil du eben nicht mehr die Schuld im Außen suchst, sondern du hast das Verständnis im Außen. Und wenn du das Verständnis für das Außen hast, wenn du Verständnis für Frauen hast, dann gibst du dir auch selber Verständnis. Wenn du gütig mit anderen bist, dann bist du auch gleichzeitig gütig mit dir. Wenn du anderen vertraust, dann vertraust du auch gleichzeitig dir. Wenn du sagst, es liegt nicht an Frauen, Frauen haben ihre eigenen Probleme. Mann, ich verstehe das. Das ist nicht leicht als Frau. Wie sollst du da von jemandem unterscheiden, der es gut mit dir meint und jemand, der dich nur ausnutzen will? Das ist nicht so leicht. Vor allem, wenn du so eine Erfahrung schon gemacht hast, seitdem du jung bist, dass viele Männer einfach nur irgendwas anderes im Schilde führen und nicht ehrlich mit dir sind. Ist nicht so leicht als Frau. Wenn du dieses Vertrauen ihr gegenüber schenkst, dann schenkst du auch gleichzeitig das Vertrauen dir gegenüber und du hast dadurch mehr Selbstvertrauen. Daher kommt das Wort. Weil du dir selber dann auch mehr vertraust. Vertrauen ist ein Austausch, den sobald du ihn gibst, bekommst du ihn auch zurück. Und das heißt nicht, dass andere Menschen dir mehr vertrauen. So, stimmt auch. Aber vor allem, was viel wichtiger ist, du vertraust dir selber viel mehr. Und das hilft dir natürlich dann auch bei Frauen. Es ist ja immer wieder dasselbe. Punkt Nummer eins, warum es mit Frauen nicht funktioniert. Das erste Mal mangelndes Selbstvertrauen. Aber kommen wir zum Punkt mit dem, was soll ich sagen? Beziehungsweise, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn du mit einer Frau redest. Wenn du dann vor dieser Frau, oder wir fangen erst mal an mit dieser Geschichte, weil du ja mit dem einen Teilnehmer da gesprochen hattest, Dominik. Und bei ihm war es ja auch dieses stetige Gefühl, ihr alles recht machen zu wollen. Weil diese eine Frau, die hat sich ja erst mal nicht gemeldet. Und dann hat sie sich wieder gemeldet. Und er hat eigentlich das Gefühl gehabt, dass sie ihn abgeschrieben hätte. Und weil er selber nicht viel Auswahl hatte, hat er dann wieder Hoffnung gehabt. Und dann haben sie sich getroffen. Und sie hat gesagt, ich habe das Gefühl, dass du mich vielleicht magst. Und er hat gesagt, ja, ja, ich mag dich ja auch. Und weil das... Ich fand es gar nicht gut. Ja, vielleicht erzählst du es. Genau. Genau. Also, es ging um einen Teilnehmer, der eine Frau getroffen hat, vor einiger Zeit. Und die haben Nummern ausgetauscht und sich dann auch mal auf einem Date getroffen oder ein Date vereinbart. Und sie hat dann in irgendeiner Weise abgesagt. Oder es ist zu keinem zweiten Date gekommen. Und dann war Funkstille. Und er hat sie eigentlich auch schon dann vergessen und sich auf etwas anderes konzentriert und auf andere Frauen konzentriert. Oder zumindest darauf versucht, sich auf andere Frauen zu konzentrieren, indem er einfach mit mehr Menschen spricht, mit mehr Frauen spricht. und sie hat sich dann irgendwann wieder gemeldet nach, sagen wir, zwei Monaten. Und dann war er wieder direkt Feuer und Flamme bei ihr und wollte das aber für sich selber so gar nicht so zugeben. Aber dann haben die sich halt noch mal getroffen und ja, sie hat ihm dann gesagt, kann es sein, ich glaube, dass du mich magst. Und er hat dann direkt gesagt, ja, ich mag dich auch. Oder nicht direkt gesagt, er hat sich ein wenig Zeit gelassen mit der Antwort, indem er das nach dem Date dann ihr geschrieben hat. So, ja, du hast recht. Ich mag dich auch. Und sie fand das gar nicht gut. Zunächst mal super verwirrend, weil das ist ja so, hä, dann sage ich einer Frau, dass ich sie mag und es gefällt ihr nicht. Was soll das denn? Muss ich jetzt hier wieder Katz und Maus spielen? Soll ich sie verarschen? Soll ich sie wie Dreck behandeln, damit sie mich mag? Also super verständlich, dass da halt so eine Konfusion, so eine Frustration dann auch entsteht. Weil sie hat sich ja dann auch gemeldet und das muss doch jetzt dann heißen, also das muss doch dann jetzt auch was bedeuten, wenn sie sich meldet. Und vielleicht tut es das halt auch. Und vielleicht hat sie sich dann gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen vielleicht noch mal eine Chance, weil er war ja ganz süß, er war ja ganz nett. Und auch die anderen Männer, die ich jetzt so kennengelernt habe und getroffen habe, so die sind schon irgendwie nicht so das, so überhaupt nicht das, was ich suche. Und dieser jemand schon ein wenig mehr und deswegen gebe ich ihm jetzt einfach noch mal eine Chance. Aber dann kommt halt dann wieder diese Bedürftigkeit durch, dieses jetzt muss es klappen. Einfach weil die Auswahl bei dir selber, also die Auswahl an Frauen noch gar nicht da ist. Und damit, wenn wir über Auswahl sprechen, dann meinen wir nicht unbedingt, dass da eine physische Auswahl, um das jetzt als kleinen Exkurs damit reinzuschieben, nicht unbedingt die physische Auswahl, also nicht unbedingt, dass du jetzt irgendwie zehn Frauen anrufen kannst, weil die Auswahl, die findet erst im Inneren statt. Wenn du weißt, dass du gut genug bist, generell, für alles, wenn du das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl hast, dann kommt die Auswahl im Außen von selber. Du kannst es mal im Umkehrschluss überprüfen. Du wirst sicherlich jemanden kennen, der an jedem Finger zehn Frauen hat und die jederzeit treffen kann und so weiter. Und trotzdem ist er innerlich sehr verloren und sehr alleine und sehr leer. Ja, so die Auswahl, also und das Gleiche kennen wir dann auch mit Menschen, die halt so sehr viel materiellen Reichtum besitzen, aber innerlich einfach alleine leer sind, einsam sind. Also die Auswahl im Außen zu haben, bedeutet nicht unbedingt, dass du auch im Innerlichen erfüllt bist. Du musst erst im Innerlichen erfüllt sein, damit die Auswahl im Außen auch kommen kann. Und wenn du im Innerlichen erfüllt bist, dann ist dir egal, ob die Auswahl im Außen kommt. Und dann reden wir von emotionaler Unabhängigkeit. Und deshalb, um den Exkurs jetzt gerade auch mal dann zu schließen, um wieder zurück zum Thema zu kommen. Genau, es ist verwirrend für dich wahrscheinlich so, sie meldet sich und dann will sie irgendwie doch nicht, dass du ihr sagst, dass du sie magst. Und diese Frustration, die dann hochkommt, die besteht halt, also die kommt halt nur hoch, weil du eine Erwartung an sie hast, weil das, die sich bei dir meldet, muss ja jetzt wieder was bedeuten. Dann hast du ganz viel Erwartungen und Erwartungen werden dann enttäuscht und dann fühlst du dich halt wieder auf dem Boden zerschlagen und als ob du irgendwie wieder was, dann hast du mit Frauen wieder, das ist auch die Wortwahl, die der Teilnehmer benutzt hat, aufs Maul bekommst. Dann bekommst du mit Frauen aufs Maul, fällst wieder auf die Schnauze, so als ob das ein Kampf wäre. Und Worte oder Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Und wenn wir halt schon diese Sprache wählen, dann ist ja das, wie ich das sehe, mit Frauen auf Frauen zuzugehen, ein Kampf für mich, in dem ich immer wieder unterlegen bin. Und deswegen muss ich halt, weil ich halt nicht immer wieder auf die Schnauze bekommen möchte, möchte ich mich halt schützen davor. Und weil ich mich schütze, bin ich nicht ich selber. Ich trage per Definition dadurch eine Maske, ein Panzer, irgendetwas, wodurch mein persönliches Ich nicht scheinen kann. Maske übrigens, also wir benutzen halt auch das Wort Person und Person ist, Person kommt von dem griechischen Wort Persona und das bedeutet Maske, also für den Ton, Persona. Das haben entsprechend die Griechen im Theater damals getragen, damit man besser, damit das Publikum besser die Menschen auf der Bühne verstehen konnte. Die haben eine gewisse Maske getragen, eine Persona und haben dann entsprechend diese Rolle gespielt. Übrigens im Englischen das Wort Sincere, das haben wir im Deutschen nicht, aber Sincere kommt vom griechischen, ich glaube griechischen oder latein, weiß ich nicht, für mich beides das Gleiche. Sincera, das bedeutet ohne Wachs. Ohne Wachs, weil die Masken, die sie damals getragen haben, aus Wachs waren. Jemand, der halt Sincere ist, also echt ist, authentisch ist, der trägt halt keine Maske, der ist entsprechend ohne Wachs, also ohne diese Maske. Und das ist eben auch genau das Ding, weil wenn du nicht weißt, und jetzt greife ich schon mal ein bisschen vor, wenn du nicht weißt, worüber du mit Frauen sprechen sollst, wenn du immer wieder auf dem Boden der Tatsachen landest und immer wieder enttäuscht wirst und immer wieder mit Frauen aufs Maul bekommst, dann aus dem Grund, weil du nicht du selbst bist. Also machen wir es nicht komplizierter, als es ist. Der einzige Grund, warum es bei Frauen mit dir nicht klappt, ist, weil du Angst hast davor, du selbst zu sein. Ganz genau. Ja, es ist die Angst, verurteilt zu werden, für wer du bist, beziehungsweise die Angst davor, verurteilt zu werden, für die Mängel, die du glaubst zu haben. Für deine Unzulänglichkeiten, die du halt als Riesenproblem siehst, wenn Frauen wirklich wüssten, wer du wirklich bist, deswegen nicht gesehen werden willst, deswegen dich mit dieser Podcast-Folge auch auseinandersetzen und was soll ich hier bloß sagen? Weil wir denken, okay, wenn ich das Richtige sage, dann funktioniert es ja endlich. Aber was ist denn das Richtige? Das Richtige ist nicht etwas, was du von außen hin kopierst, weil das kann vielleicht interessant klingen, das kann vielleicht tiefgründig klingen, aber als langfristige Strategie kannst du es nicht verwenden. Es sind vielleicht Sachen, die so, weiß ich nicht, eine interessante Frage oder eine interessante Anmerkung, eine flirtige Anmerkung. Klar, das ist wie so ein bisschen Salz und Pfeffer. Sicher, das würzt das Gespräch auf. Aber es ist keine Langzeitstrategie. Es reicht nicht, weil irgendwann fallen dir die Sachen nicht mehr ein, die du dann irgendwo dir im Internet gemerkt hast, so und dann bist du gefragt und das ist halt, das ist die längste Zeit eures Kennenlernens, da bist du gefragt. Du kannst dir nicht über acht Stunden, die ersten drei Dates oder so, kannst du dir nicht Material überlegen, was du dir merkst. Geht nicht. Du musst ja auch interagieren können. So das ist einfach eine, und abgesehen von den ersten drei Dates, das Ziel ist ja nicht, dass du nur mit drei Dates auf eine Frau, also dass du nur sie dreimal triffst. Das Ziel ist ja, dass du Freundschaften, Beziehungen und die Richtige fürs Leben findest. Das ist ja aber auch der Grund, also genau das, was du gerade ansprichst, mit dem so, ich brauche halt den richtigen Satz oder die drei psychologischen Tricks, wie du Frauen direkt verliebt in dich machst und so weiter. Und das ist ja auch dann die, 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 das ist die Motivation von so vielen, vielleicht auch jüngeren Männern, aber auch Männern oder vielen Männern generell, so Frauen so schnell wie möglich ins Bett zu bekommen. Und ich habe mich immer gefragt dabei, auch schon zu Beginn meiner, meiner Reise damals, weil das einfach so Tenor war, so als, als viele Männer sich damals einfach auf diesen Weg begeben haben und da einfach immer mehr auch Literatur zu, zu entstanden ist. So immer dieses, dieser Tenor, Frauen schnell ins Bett kriegen. Und das habe ich immer so komisch empfunden. Warum schnell? Also warum, was hast du denn zu verbergen, dass es schnell sein muss? Kannst du dir nicht so viel merken? Oder warum? Und das ist halt eben genau diese Sache, was du gerade ansprichst, Ani, mit so, so über, über drei, über drei Dates oder über das erste Date muss ich halt so viel Material haben, dass ich halt so maximal interessant werde. Okay, und dann, und dann, so, dann hast du halt kein, kein, kein Material mehr. Und dann bist du halt aber auch nicht mehr du selbst. Und du bist halt aber auch nicht dann im Moment, weil du nicht du selbst bist, du bist die ganze Zeit im Kopf, du trägst eine Maske und das ist auslaugend, darunter schwitzt du und dann brennst du aus und dann denkst du dir, na natürlich falle ich mit Frauen auf die Schnauze, weil ich die ganze Zeit irgendwie eine Rolle spiele, die ich nicht bin, die ich nie geübt habe. Ich werde hier einfach auf die Bühne geschubst, als, obwohl ich einfach nur ein Baum im Hintergrund war, als Statist mein Leben lang und nie die Möglichkeit hatte, Frauen kennenzulernen. Jetzt soll ich auch mal die Hauptrolle spielen und jetzt hab ich keine Ahnung, wie, wie die, wie die Sätze sind, wie das Skript geht und deswegen muss ich jetzt mir irgendwie immer das Skript in der Hand rauslesen und natürlich bin ich dann nicht im Moment, natürlich bin ich dann nicht ich selbst und natürlich brenne ich dann aus und falle mit Frauen, in Anführungszeichen, auf die Schnauze. Ja, dieses Ausbrennen ist, also, dieses Gefühl von, wie ich es mache, mache ich es verkehrt. Es wird nur verstärkt, wenn du weiterhin versuchst, es richtig zu machen, weil du kannst es nicht richtig machen. Du kannst es nicht jedem recht machen. Das ist der, das ist die befreiende Wahrheit. Wenn du versuchst, es jedem recht zu machen, machst du es keinem recht und natürlich hast du dann das Gefühl, nichts richtig machen zu können, weil du es eben auch kein einziges Mal richtig gemacht hast, weil du nie wirklich zu dir selber so gestanden bist, frei, unabhängig, liebevoll, was unser Kern ist, dass sie wirklich dich so sehen konnte, wie du wirklich bist. Und als Kontrareaktion, weil ich auch öfters da von Männern dann diese Schattenseite gespiegelt sehe oder in den YouTube-Kommentaren, leider immer wieder, die dann sagen, okay, die wollen meine wahre Seite sehen, okay, dann zeige ich ihnen meine wahre Seite, scheiß auf die, das ist aber nicht deine wahre Seite, das ist deine kindliche Kontrareaktion, wo du jetzt mal, endlich mal, deine wahren Gefühle zeigst, aber es ist halt, A, zu spät und B, ist das auch nicht das gesamte Spektrum deiner Gefühle, sondern es ist halt nur der Angriff, besser gesagt, der Konterangriff, es ist dieses Gefühl, ich werde in die Ecke gedrängt, na gut, dann hier. Trotz. Aber es ist nicht die ganze Holistik deiner Gefühle, wenn du die ganze Holistik deiner Gefühle zeigen würdest und das hatten wir wunderbar, da gab es einen Teilnehmer, der war in Florenz, der hat wirklich mal seine ganze Holistik seiner Gefühle gezeigt, er hat gesagt, ich, ich, also, krasse Geschichte, er ist nie bei seinen Eltern aufgewachsen, weil er schon sehr jung ins Heim gesteckt wurde, besser gesagt, er wollte ins Heim, weil er einfach nicht zufrieden zu Hause war und er hatte da einfach immer Angst gehabt, so, dann ist er ins Heim und, und dort hat er natürlich auch selten dieses Gefühl, von Liebe und Anerkennung bekommen, dass er sich gewünscht hatte und er hatte wirklich, bevor er zu uns kam, so ein Gefühl, was immer weiter aufgebaut wurde von, von Frauenhass und, das hat er aber angesprochen, sehr weise angesprochen, er hat gesagt, ich weiß, da kommt etwas in mir vor, das will ich aber nicht, weil ich weiß, es ist nicht ihre Schuld und das ist sehr gut gewesen, weil damit konnten wir arbeiten und in ihm steckt ja auch ein toller Mensch, der für Frauen ein Geschenk sein möchte, so, und weil er dieses holistische Gefühl angesprochen hat, also sowohl, da ist etwas, was wütend ist, da ist aber auch Angst, da ist auch Enttäuschung, da ist auch Liebe, da ist Verletzung, das hat er alles angesprochen, das konnte er wirklich zeigen, dass er wirklich eins der krassesten Gespräche mit einer Frau geführt hat, wo ich daneben saß, wo ich gedacht habe, wow, ich bin so stolz auf dich, weil sie hat sich auch so wundervoll geöffnet für ihn, weil er sich so öffnen konnte und zum Schluss haben sie sich richtig lang umarmt, mega, mega gut, sehr heilsam gewesen und das können die Leute nicht, die jetzt im Internet irgendwie sagen, okay, okay, ich zeige ihnen meine wahre Seite, ich hasse euch alle, das ist nicht deine wahre Seite, ist einfach nicht so. Das ist halt die verletzte Seite in dir und das ist okay, es ist okay verletzt zu sein, es ist nicht, also, dass du so verletzt bist, das ist nicht deine Schuld, also, du hast ja auch gerade vorhin noch am Anfang gesagt, so in den ersten Minuten auch, Andi, dass viele Männer die Schuld im Außensuchen und das ist einfach nochmal so ein Ding so, Frauen sind dir nichts schuldig, das ist ganz wichtig, niemand auf der Welt ist dir etwas schuldig, deine Eltern sind dir nicht schuldig und du bist deinen Eltern nicht schuldig, du bist Frauen nicht schuldig und Frauen sind dir nichts schuldig, du bist nur dir selber, im Anführungszeichen, was schuldig, weil du alle Macht in dir hast und wenn du, wenn du die, die Macht wirklich ergreifen würdest für dein Leben, dann würdest du auch entsprechend nicht mit dem Finger auf andere Frauen zeigen und sagen so, ja, jetzt zeige ich es denen und jetzt werden die mal sehen, wer ich wirklich bin, sondern du würdest, also weil das ist halt Projektion nach außen, du sagst halt so, die Frauen hatten, haben oder hatten so viel Macht über dich, dass sie dich klein gehalten haben und nicht gesehen haben und dir die Liebe entzogen haben, verwehrt haben, die dir ja zusteht und so weiter, was ja auch so ist, also dir steht so viel Liebe zu, wie du möchtest, die Frage ist halt nur, kannst du sie selber zulassen und da begeben wir uns in den Bereich von Glaubenssätzen und Core Beliefs und so weiter, da möchte ich gar nicht so viel fast gerade zu aufmachen, aber der Kern des Ganzen ist ja, liebe ich mich selber oder beziehungsweise übernehme ich die Macht über mich selber, über mein eigenes Leben und wenn ich das mache, dann zeige ich halt nicht mehr mit dem Finger auf die Frauen, sondern übernehme entsprechend die Kontrolle, okay, das ist mein Leben, mein Leben gewesen, ich habe dann diese Entscheidung getroffen und das ist völlig natürlich, dass ich diese Entscheidung treffe, weil ich ja auch dieses Leben davor hatte, bevor ich die Entscheidung getroffen habe und diese Entscheidung hat zu einer anderen Entscheidung geführt, aber wie fühle ich mich jetzt mit dieser Entscheidung? Nicht so gut, ich fühle mich getrennt von der Frauenwelt, ich fühle mich, als ob da eine große Wand zwischen mir ist, als ob ich die Frauen nicht verstehe, als ob da irgendwie eine Sprachbarriere ist und so weiter, Barriere, nicht verstehen, Wand, Trennung und dann müsste dir doch eigentlich klar werden, dass alles nur in deinem Kopf stattfindet, weil du entsprechend so viel Macht nach außen legst, statt die Macht über dich selber zu übernehmen und wenn du das erkennen würdest und dazu laden wir dich ein, dazu lade ich dich jetzt auch ein, wenn du das erkennst, dass du mehr Macht in dir hast, dann kannst du nämlich auch dir selber verzeihen, dir selber verzeihen für diese Entscheidung, die du getroffen hast, weil du es nicht besser wusstest, weil es nicht deine Schuld ist, dass du diese Entscheidung getroffen hast, aber jetzt hast du die Verantwortung und weil du immer alle Macht hast und das ist die beste Nachricht, das ist die beste Nachricht, die du in deinem Leben jemals bekommen hast, du hast alle Macht über dein Leben und über deine Entscheidung und du kannst dich in jedem Moment dazu entscheiden für entweder Angst und Wut und Hass und die Frauen sind alle doof und schulden mir was oder du kannst dich dafür entscheiden für ach, ich habe Entscheidungen getroffen damals, die sich nicht gut angefühlt haben, heute, also die sich heute nicht gut anfühlen, ich treffe mal andere Entscheidungen und werde mal entsprechend auf Frauen zugehen und mich mal ein bisschen verletzlicher zeigen und ein bisschen mehr unabhängiger zeigen und vielleicht einfach mal ein Kompliment machen, wenn mir eins auf der Zunge liegt oder auch einfach mal die Gegenwart von Frauen genießen und dann wirst du feststellen, dass dieser Frauenhass und diese Abneigung, die vielleicht in dir hochkommt oder auch die Angst, also es ist ja alles derselbe Brei, Abneigung, Angst, Hass, ist alles derselbe Brei, dass das einfach alles nur das verletzte kleine Kind in dir ist, das einfach nur umarmt werden möchte, was vollkommen okay ist und dass ich diese Umarmung gerne holen kann von deinen Kumpels, von neuen Freunden, aber auch von Frauen und die Welt ist ein positiver Ort, die Welt möchte dir diese Umarmung schenken und wenn du mit dieser Brille auf die Welt zugehst, dann wirst du auch sehen, dass Frauen dir wohlgesonnen sind, dass Frauen sich gerne mit dir unterhalten und dazu kann es vielleicht sein, dass du hier und da einfach das eine oder andere Flirtelement, das dir gerne mitgeben, hier und da einfach mal lernen darfst, weil das einfach eine gute Methode ist, um einfach auch in die eigene Leichtigkeit zu kommen, um zu sehen so, okay, ich wusste vorher einfach nicht, wie ich mit Frauen spreche oder wie ich mit Menschen generell spreche oder wie ich in die Leichtigkeit komme, deswegen habe ich mich immer dafür entschieden, nicht deine Schuld, weil du es nicht besser wusstest, habe ich mich immer dafür entschieden für Abneigung, für Nichtansprechen, für Angst, daher so Flirtelemente, das ist das genau, die ersten drei Wochen bei uns im Coaching, was die Männer da erleben, wie die Männer da einfach eine komplett neue Realität erfahren und einfach sehen, dass Menschen einfach sich super gerne mit ihnen unterhalten und dann im nächsten Schritt lassen wir sie auf Frauen zu und dann entsteht Magie. Ja und sie fangen vor allem an, ihre Mitte zu finden, was sie da vorne hatten, weil das ist, was du gerade angesprochen hast, das ist dieses, wie ich es alles, was ich mache, mache ich verkehrt, was ich unbedingt auflösen möchte für dich, weil diese Abneigungshaltung von okay, ich sage lieber gar nichts zu okay gut, dann zeige ich ihr halt und schütte ihr mein Herz aus und sagt ihr, dass ich sie mag und verliebt in sie bin, das ist halt nicht die Mitte, das sind die Extremen, wo wir dann irgendwie Hoffnung haben, wo wir sagen, okay, der einzige Weg, der funktioniert, ist der extreme Weg, weil der extreme Weg hat jetzt noch nicht funktioniert, also mache ich den exakt anderen extremen Weg, aber das ist nicht die Mitte, die Mitte ist eben, wir alle sind eine Mischung aus Gefühlen, eine Mischung aus Erwartungen, wir sind alle so komplex, wir sind nicht so extrem, dass wir nur eine Seite von uns zeigen können, das ist einfach auch nicht echt, nicht authentisch, nicht attraktiv, aber wenn du anfängst, deine Mitte zu finden, wenn du sowohl anfängst, mal mit anderen zu scherzen, über dich selber, über sie, sie zu necken, sie ein bisschen aufzuziehen, nicht alles so ernst nimmst, mit Leichtigkeit mal irgendeine Bullshit-Story erzählst und dann mit ihr über irgendeinen Schwachsinn redest, der überhaupt keinen Sinn macht und nicht existiert und du dann aber auch gleichzeitig deine sexuelle Seite zeigen kannst, deine Bedürfnisse zeigen kannst, dich nicht versteckst, ihr auch ein Kompliment machst oder einfach nur dazu stehst, dass du auf Frauen stehst, grundsätzlich, wenn eine Frau sagt so, oh guck mal die, die ist ja hübsch, dass du dann nicht sagst, oh ja, weiß nicht, ist nicht so mein Typ, nö, dass du sagst, oh ja, oh ja, aber schau mal da, dieser eine Punkt, ne, würde bei mir unten durch sein, aber du hast recht, das und das ist sehr, sehr sexy an ihr, so, holistisch, ganzheitlich zu deinen Bedürfnissen zu stehen, das trauen wir uns oft nicht, weil wir dann denken, oh nein, dann werde ich verurteilt, dann sind wir wieder bei der Verurteilung, von dieser Angst der Verurteilung und es ist so wichtig, dass du eben beide Seiten an dir, deine Bandbreite kennenlernst, die Bandbreite in alle Richtungen, sodass du dann eben auch authentisch in jeder Situation agieren kannst, das, was die Situation eben auch braucht und bedarf und das ist nicht immer die, ja, diese Schablonenantwort, die du dir vielleicht wünschst von solchen Inhalten wie dem Freundin finden Podcast, so gib mir doch bitte diese eine Antwort, diesen einen Tipp, aber was wir dir beibringen können, ist eben nicht dieser eine Tipp, weil der ist vielleicht nur für diese eine Situation gut und wenn du dann in einer anderen Situation bist, dann sagst du, oh Mensch, der Tipp hat nicht funktioniert, klar, mein Ziel ist, dass du dich authentisch in jeder Situation gut in deiner eigenen Haut fühlst, und kommen wir noch mal zurück zu dem Mann, über den wir vorhin gesprochen haben, wo dann die Frau sich wieder mit ihm getroffen hat und dann hat er gesagt, ja, ich mag dich auch und sie hatte damit ein Problem. Warum hatte sie damit ein Problem? Dominik, du hast ihn ja dann noch was gefragt, beziehungsweise du hast es ja, du hast dann erkannt, dass die Wahrheit ganz woanders liegt, nämlich, dass er sie gar nicht so sehr mochte, dass das nur eine Fassade war, eine Maske war, weil er sie nicht verlieren wollte, weil er nicht diese gefühlte einzige Chance auf Frau in seinem Leben verbocken wollte. Darum hat er ihr gesagt, ja, ich mag dich sehr, aber was er eigentlich gesagt hat, zwischen den Zeilen, ich habe nicht viel Auswahl, ich will es mir bei dir nicht verbocken, ich sage dir jetzt, was ich denke, dass du hören willst, damit du mich akzeptierst. Da kriegst du doch auch das Schaudern, das ist doch nicht attraktiv. Und das Ding, das Ding war ja dann noch im nächsten Schritt, als ich ihm das gesagt habe und er das dann einfach dann auch für sich selber einfach herausgefunden hat, dass er das gesagt hat, aus Abhängigkeit, aus Bedürftigkeit, aus nicht ehrlich zu sich selbst sein, hat er dann noch Dinge aufgezählt bei ihr, die ihm nicht gefallen haben. Einfach zum Beispiel, dass da einfach eine Sprachbarriere, eine Sprachbarriere stattfand, oder dass sie sich irgendwie nicht, dass sie nicht den gleichen Humor haben, oder dass sie auch einfach nicht so zuverlässig ist im Antworten und so weiter. die du in Person direkt ansprechen kannst. Wenn eine Frau zu spät erscheint, dann sei nicht einfach nur so, oh, kein Problem, sondern dann sag ihm, du bist ganz schön spät, woran liegt es? Kann ja sein, dass sie einen guten Grund dafür hat. Kann sein, dass sie keinen guten Grund dafür hat. Finde es heraus, ohne Angst, sprich es einfach an. Wenn deine Sprachbarriere ist. Aber auch mit Leichtigkeit. Korrekt, natürlich mit Leichtigkeit, weil du hast ja keine Erwartungen in die eine oder andere Richtung, Sondern du bist einfach nur wohl in deiner Haut und sprichst die Sachen an. Das sind deine Bedürfnisse. Du findest es heraus. Ohne Ego, ohne da direkt arrogant zu sein, sondern mir fehlt eine Information. Sie ist zu spät. Warum ist sie denn zu spät? Lass es uns herausfinden. Ohne Angst. Genauso wie wenn es dann eine Misskommunikation gibt. Lass es uns herausfinden, woran liegt die Misskommunikation und, 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 und. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Es ist ja genau, ist ja goldrichtig. Wir verurteilen oft einfach, dann diese Person, in der wir halt so viel, in die wir so viel Hoffnung hineinstecken, sodass sie jetzt endlich unser Messias ist und von unserem, sich, nee, die uns von unserem Leid erlöst. Das ist nicht grammatikalisch korrekt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So, diese Frau, diese Frau ist dann entsprechend so unsere Erlösung und, aber dann, dann hat sie halt, so verhält sich da halt dann halt irgendwie komisch und wir nehmen das als Ablehnung wahr und das ist halt dann direkt eine Verurteilung, direkt eine Kritik und einfach eine Verurteilung an uns selber, direkt eine Selbstkritik und, ähm, projizieren das, projizieren das auf, auf sie und dass sie uns jetzt, da kommen wir wieder zum Punkt, dass sie uns wieder was schuldig ist, dass sie uns jetzt eine Antwort schuldig ist und so weiter und dass sie das absolut böse gemeint hat und wir sind dann enttäuscht in unseren Messias und so weiter und das ist, also ich benutze diese Worte nicht leichtfertig, so Messias und wenn ich, wenn wir auch dann auch mal irgendwie von, ich glaube, ich mache das häufiger oder als du, Andi, von der göttlichen Weiblichkeit und so weiter spreche, das sind alles Symboliken, die seit Jahrtausenden in uns Menschen vorherrschen, wenn wir entsprechend jemanden haben, von, indem wir einfach so viel, wenn unser Leid hinein projizieren, dass diese Frau jetzt zum Beispiel, endlich, wir müssen sie einfach bekommen und dann ist mein Leid erlöst oder ich muss jetzt endlich diesen Job bekommen oder wenn ich endlich ein Lotto gewinne, dann ist mein Leid erlöst und dann lege ich halt so viel, gebe ich halt meine komplette Macht ab in dann zum Beispiel diese Person und die Person weiß überhaupt nichts davon und verhält sich einfach, wie sie sich verhält, fühlt vielleicht sogar irgendwie eine gewisse Abneigung, weil wir halt so viel Hoffnung in sie hineinstecken und das sich halt auch in unserer Kommunikation und Subkommunikation äußert und dann kann sie einfach nicht anders, als halt genau in die andere Richtung zu gehen und wir fühlen uns dann enttäuscht und dann haben wir halt wieder einen Beweis dafür, dass die Welt so schlecht ist und dass wir weiter leiden müssen und das, so würdest du ja genauso handeln, so weil, du würdest ja auch nicht wollen, dass jemand irgendwie komplett, sein komplettes Leben und seine Hoffnung und sein Leid in deine Hand legt, dass du das jetzt löst und das kennst du wahrscheinlich auch, also wenn du halt in der Situation bist, wo du, das ist ja sehr oft so, also das Leben ist ja ein wunderbarer Spiegel und wenn du Situation hast, wo du, wenn du jemand bist, der, die Frauen, die du möchtest, die bekommst du nicht, aber die Frauen, die du nicht möchtest, die wirst du nicht wieder los, dann bist du in dieser Situation, wenn du Frauen möchtest, die du, oder wenn Frauen nicht bekommst, die du möchtest, dann wirst du sicherlich auch Frauen um dich rum haben, die dir in irgendeiner Weise genauso wie du diesen Frauen den Hof machst, versuchen dir den Hof zu machen, schöne Augen zu machen und so weiter und so würdest du dich ja auch nicht bei diesen, du möchtest dich ja auch nicht so bei diesen Frauen fallen, du möchtest ja auch bei den Frauen, die sich irgendwie bei dir irgendwie so anbiedern oder dir schöne Augen machen, in Anführungszeichen, die möchtest du ja auch irgendwie loswerden, weil sich das nicht so gut anfühlt oder vielleicht hast du auch öfter mal die nicht so gute Entscheidung getroffen, dass du dann auch mit den Frauen irgendwas angebandelt hast und um dann einfach nur festzustellen, okay, ja, sie hat mich ausgewählt, da haben wir hunderte Geschichten von in den, seit über zehn Jahren, 13 Jahren, in denen wir das jetzt schon machen, haben wir hunderte Geschichten von Männern, die einfach sich für Frauen entschieden haben oder einfach Ja gesagt haben, weil die Frau irgendwie die ersten drei Schritte gemacht hat und dann haben sie plötzlich Kinder und waren 20 Jahre verheiratet, aber waren nie sie selbst und dann ist da die Scheidung und sie stehen vor einem großen Scherbenhaufen in ihrem Leben, aber wollen jetzt endlich mal auch das mit den Frauen geregelt kriegen. Das sind übrigens die Männer, die am meisten Gas geben bei uns. Das sind die Männer, die einfach richtig, richtig Lust haben auf neue Erfahrungen. Ja, wir haben so viele Erwartungen, die uns einfach keinen sinnvollen Dienst erweisen. Die Erwartung zum Beispiel, dass es funktionieren sollte oder es irgendwann funktionieren muss, die führt eben dazu, dass es nicht funktioniert. Und weißt du, dieselbe Sache kann für den einen funktionieren und für den anderen nicht. Es hat einen Grund, warum ich, wenn ich Sachen sage, wie wir dürfen Frauen absolut verehren, wir dürfen Frauen sagen, wie wunderschön und toll sie sind. Warum wir das dürfen, ist, weil wir die Basis der emotionalen Unabhängigkeit haben. Ja, wenn ich zu meiner Freundin, meiner Verlobten sage, weißt du eigentlich, dass du ungelogen von allen Frauen, die ich jemals kennengelernt habe, das schönste Lächeln überhaupt hast für mich. Das ist kein Scheiß. Der Grund, warum sie das glaubt und warum sie dann über beide Ohren strahlt, wenn sie das hört und sagt, war es wirklich? Ist, weil sie weiß, dass sie mir vertrauen kann mit diesen Worten. Weil ich ihr auch genauso gut sage, die Frisur hat heute nicht so gepasst. Oder sie ist ja Musikerin und dann kritisiere ich die Musik und sage so, hier fehlt noch was, da fehlt noch was, es ist noch nicht so gut. Der andere Song gefällt mir besser. Und ich sage ihr ganz ehrlich meine Meinung. Deswegen kann sie mir vertrauen, dass wenn ich ihr so etwas Wunderschönes sage, dass es dann auch stimmt, dass ich sie eben nicht versuche zu verarschen. Und das ist der Unterschied zwischen dem Player, dem Assi, der Frauen rumkriegt, wo du denkst, warum klappt das denn bei ihm? Der lügt Frauen an und die finden das toll. Ja. Die Basis ist dieselbe. Die Basis ist, er denkt sich, naja, wenn es bei ihr nicht klappt, so what? Dann nehme ich mir halt die nächste. So. Ist das jetzt ein Vorbild? Ist das etwas, was wir moralisch hinterher eifern sollten, wo wir sagen sollten, ja, so will ich auch leben? Nein. Aber was steckt da drin, was wir für uns rausziehen können, wo die Wahrheit steckt? Wo auch etwas für uns zu lernen drin steckt? Es liegt in der Unabhängigkeit. Er denkt sich, klappt es nicht bei ihr, klappt es halt bei der Nächsten. Und deswegen ist ihm egal und er kann Sachen sagen, die sind dann vielleicht total krass. Dasselbe können wir auch machen, nur mit einem anderen Motivator. Als Mann mit Herz, wenn du dich ans Herz fasst und du sagst, ja, doch, so sehe ich mich, dann sei auch ehrlich mit deinem Herzen und sag dir, ich werde ihr jetzt dieses krasse Kompliment geben und wenn sie es nicht annimmt, völlig egal, dann gebe ich das auch den Nächsten. Warum? Nicht, weil ich jede rumkriegen kann, sondern weil ich jede liebe. Meine Liebe erstreckt sich über alle Frauen. Meine Liebe erstreckt sich über die Weiblichkeit und die Süße und die Grazilität. Ist das ein Wort? Ich weiß nicht, das grazile Verhalten, wie Frauen sich bewegen, wie langsam manche Frauen sich bewegen, wie als wären sie in Zeitlupe, wie sie mit ihren Wimpern schlagen, wenn sie dich anschauen. Oh, das ist für mich alles so wunderschön. Ich liebe Frauen. Plural. Und deswegen kann ich dann eben auch Dinge in jeder Frau finden. Ja, auch in dem Mauerblümchen, wo du vielleicht denkst, boah, nee, auf gar keinen Fall. Hat ja einer der Teilnehmer ebenfalls vor kurzem zu mir gesagt. Wenn wir weggehen und wir genießen die Weiblichkeit um uns herum, weil überall Menschen spazieren gehen in der Stadt und das sind Frauen, dann werde ich kein einziges Mal sagen, boah, schau dir mal ihre schiefen Zähne an oder die ist zu dick. Sage ich nicht, weil mir das nicht mal auffällt. Mir fällt nur die Schönheit auf. Und das ist jetzt, ich weiß, du denkst dir, oh, was ein Schmalzbolzen, Labertasche, bla, bla, bla. Aber der Fakt ist, wenn du nur auf diese Schönheit achtest, dann gibt es dir ja die Unabhängigkeit, bei jeder Frau total locker, leichtherzig zu sein, was im Umkehrschluss dir halt auch die Resultate gibt. Weil Schönheit halt über alles. Ja, und hier ist der Punkt, den ich halt unterstreichen will. Selbst wenn du mir unterstellst, dass ich das alles nur mache, um halt irgendwie sie rumzukriegen, der Punkt ist, nur so, wenn wir unabhängig sind, kommen auch die Resultate. Und wenn ich wählen könnte zwischen, ich will ein Resultat, ich möchte gerne eine Partnerin und ich mache das jetzt, indem ich ganz lügnerisch unterwegs bin und sie einfach nur ausnutze und halt Sex habe und dann sie fallen lasse. Oder ich habe tiefe Verbindungen, an denen ich selber interessiert bin und bin auf diese Weise unabhängig, weil die Unabhängigkeit ist das, was die Basis ist für die Resultate. Ist doch ganz klar, was ich wähle. Dann wähle ich eher den Pfad der Liebe. Und sag dann eben auch Frauen total frei heraus, wie wunderschön oder toll ich sie finde. Es fühlt sich nicht nur toll an, es bringt auch was. Aber es bringt eben nur was, wenn du die Basis gecheckt hast, wenn du dich jeden Tag dazu entscheidest, unabhängig zu sein. Wenn du dich dazu entscheidest, einer Frau auch deine Meinung zu geigen, wenn es sein muss. Und wenn sie eine andere Meinung ist, dann ist es halt so. Dann könntest du sie verlieren. Uh, du hast sie doch eh nicht besessen. Das ist doch okay. Dann verlieren wir uns halt aus den Augen. Und dann sehen wir uns halt irgendwann wieder. Und dann wird sie dich aber umso mehr respektieren, weil du eben auch zu dir selber gestanden bist. Diese klammernde Angst, jemanden zu verlieren oder dein Gesicht zu bewahren, ist, was dich so zurückhält. Und wenn du dich fragst, was soll ich einer Frau bloß sagen, beziehungsweise diesem einen Mann, der ja der Frau gesagt hat, ich mag dich total. Und sie hat halt da reingespürt, dass das Nonsens war, dass das nicht echt war. Und deswegen hatte sie da ein Problem damit. Okay, wenn du dann mit Frauen redest und dir fallen, so wie diesem Mann, dir fallen nicht mehr die richtigen Gesprächsthemen ein, du weißt nicht, was du sagen sollst. Denk immer dran, du versuchst sie gerade zu überzeugen. Deswegen fällt dir nichts ein. Scheiß mal darauf, sie überzeugen zu wollen und sei so unabhängig, wie du nur sein könntest. Wie würdest du dich verhalten, wenn du wüsstest, dass es genügend Frauen draußen gibt, die genau zu dir passen, die deine selben, ich sag's mal, ohne beleidigend sein zu wollen, aber vielleicht, weil du von dir selber so denkst, deine komischen Hobbys ebenfalls toll finden. Das ist nicht meine Meinung. Wie gesagt, wenn du denkst, du hast komische Hobbys, dann ist das okay. Lass uns ruhig mal den Worst Case nehmen. Du zockst nur und sitzt nur zu Hause rum und du leistest nichts, weil du arbeitslos bist. Okay. Sagen wir mal, dass du das machst. Ich denke nicht, dass du das machst und ich will auch nichts gegen Zocker sagen, ich spiele selber Playstation, ich liebe Zocken. Das ist nicht mein Punkt, den ich sagen will. Ich will sagen, dass du vielleicht davon ausgehst, dass sowieso keine Frau auf dieser Randgruppe von Eigenschaften stehen würde. Was passiert, wenn du genau darüber redest? Wenn du mit Frauen einfach genau darüber sprichst und du sagst, du sagst eben so, kennst du eigentlich dieses eine Spiel? Zockst du? Ne, zock ich nicht. Oh, dieses Spiel ist so geil und dann redest du über dieses Spiel. Redest du, redest du, redest du. A sieht sie deine Begeisterung, das heißt, sie sieht, dass du authentisch bist. Sie sieht deine Emotionen, das ist der Grund, warum Sportler und Schauspieler und Musiker so heiß begehrt sind. Es ist nicht wegen ihrem Status, nicht wegen ihrem Geld. Es ist, weil sie so krass offen und ehrlich mit ihren Emotionen sind, weil du eben siehst, wenn Fußballer über das Feld rennen, ja, und erheulen, wie Cristiano Ronaldo, das ist halt sexy. Die sehen halt echte Emotionen. Ein Schauspieler, der porträtiert all diese Rollen in diesen Facetten. Ein Musiker singt sich die Seele vom Leib, der zeigt einen Teil seiner Seele. Das ist alles sexy. So, wenn du dich zeigen kannst, wie du wirklich bist, weil du begeistert bist von einer Serie, von einem Film, von einem Spiel, von einem Berg, auf dem du oben warst, von einem neuen Fahrrad, das du hast, von deinen neuen Laufschuhen, von der, von dem Gerät, das du gerade am Schweißen bist oder am Zusammenbauen bist. Wenn du davon erzählen kannst, weil es dich so begeistert, dann wirst du auch, A, mehr Menschen anziehen, weil sie einfach nur deine Begeisterung toll finden, nicht das Thema an sich, sondern deine Begeisterung und B, du sortierst genau die Menschen heraus, die dann tatsächlich auch deine Begeisterung für ein bestimmtes Thema teilen. Und ja, dann dauert es vielleicht. Dann wirst du vielleicht von 100, 200 Frauen ist vielleicht nur eine einzige genauso begeistert von dir, genauso begeistert wie du von Diablo 4, aber dann hast du sie halt auch gefunden, weil du dich von der ersten Sekunde an authentisch gezeigt hast. Ist das nicht das Ziel, genau diese eine Frau dann zu finden aus dem ganzen Chaos? Dann macht es wirklich für mich, weil ich halt mich für Unabhängigkeit entschieden habe, gar keinen Sinn, gar keinen Sinn, mich anders zu verhalten. Das sind, das lässt sich an so vielen Beispielen erklären. Ich will eine Frau, die genauso unabhängig, leichtherzig, locker ist und sich für Dinge begeistert. Mal einfach als Basis, abgesehen davon, dass ich mich noch für andere Sachen interessiere, welche Werte sie haben muss oder dass sie künstlerisch sein muss und so weiter. Das sind meine persönlichen Facetten. Aber, wie zeige ich, dass ich zum Beispiel eine Frau gerne finden möchte, die sich selber nicht so ernst nimmt? Wenn wir im Club sind, stelle ich mich auf die Tanzfläche und mache mich zum Affen. Auch wenn keiner auf der Tanzfläche ist, gehe ich als Erster auf die Tanzfläche und mache mich einfach mal zum Affen. und dann denken manche oder viele oder die meisten, ist mir scheißegal, der macht sich ja voll zum Affen. Ja, kann sein. Aber weißt du, was danach passiert? Danach bildet sich so eine kleine Traube und mehr und mehr Leute kommen. Viele davon drehen sich dann so in meiner Nähe und genau die Art von Frau, die das toll findet, wie frei ich mit mir selber umgehe, die zeigt sich mir dann und die kann ich dann kennenlernen. Dann spielt diese Musik im Hintergrund. Im Club. Ich weiß nicht, ob du den Eiswagen gerade gehört hast. So. Ja, möchtest du wieder eine Eispause machen? Ja, genau. Und dann, weißt du, das ist das mega Geile. Ich erinnere mich da, die Geschichte habe ich glaube, ich schon mal erzählt, ich weiß nicht, aber ich erinnere mich an einmal, wo ebenfalls der gesamte Tisch, an dem ich gesessen bin, geschwiegen hat und mir gebannt zugehört hat, weil ich gerade damals mein neues Teleskop gekauft hatte. Und ich habe angefangen, über alles Mögliche zu reden, was dieses Teleskop kann, und was der Brennwinkel ist und Maxutov und 120 Millimeter und, 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 dass du die Ringe vom Saturn sehen kannst und, 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 so viele Sachen. Und die Leute haben fast nichts verstanden, aber haben mir gebannt zugehört. Und das ist der Unterschied. Ich traue mich dann eben halt auch, die Leute von Kopf zu stoßen, die nicht zu mir passen, aber genau dadurch findest du die Leute, die zu dir passen. Wenn du Nein sagen kannst, dann kannst du auch Ja sagen. Und wenn du Ja sagen kannst, dann kannst du auch Nein sagen. Die meisten von uns sagen aber weder Ja noch Nein, sondern, äh, vielleicht, äh, mal gucken, äh, nicht schlecht. Vorsichtig. Genau, wir weigern uns, irgendeine Entscheidung zu treffen, für oder gegen, und, und, und wollen uns alle Optionen offen halten, weil wir ja nichts kaputt machen wollen. Das ist der Grund, wieso keiner sich für dich entscheidet. Und da können wir mit Arroganz und Ego rangehen, ich sag's nochmal, und dann können wir sagen, okay, okay, dann bin ich halt Assi und entscheide mich einfach und sag denen allen, wo der Pfeffer wächst. Das ist die Kontrareaktion. Oder du beschäftigst dich wirklich mit deiner eigenen Entwicklung, vergibst dich auf den Pfad der Selbstentdeckung und der Entdeckung von Frauen, wie sie wirklich sind, nicht wie du denkst, wie sie sind, und du findest heraus, dass Frauen gerne mit dir reden, gerne mit dir flirten, gerne tiefe Verbindungen aufbauen, viel lieber, vor allem die Frauen, auf die du wahrscheinlich stehst, so findest du sie halt auch, viel lieber mit dir ein tiefgründiges Gespräch führen wollen, als Smalltalk führen. Diese Frauen, die treffe ich fast gar nicht mehr, weil ich halt nur gerne tiefe Gespräche führe. So, die Smalltalk-Damen und die Smalltalk-Menschen, die, die, die lerne ich kurz kennen, und dann sind sie wieder relevant. So, ich lerne dadurch aber diejenigen kennen, die relevant sind. Dadurch hast du mehr Erfolg. Dadurch bist du mehr du selbst. Und das ist eine Entwicklung, die eben über eine gewisse Zeit passiert, weil du diese ganzen alten Gewohnheiten erstmal fallen lassen musst. Und dich Stück für Stück, diese Bandbreite musst du Stück für Stück austesten. So, ich probiere mal hier etwas. Hier bin ich mal ein bisschen mehr, von mir aus, Assi, in Anführungsstrichen, wenn du das denkst, dass das Assi sei. Also, viele Männer sagen ja schon, es sei Assi, eine Frau zu unterbrechen. So, also da sind ja komplett abstruse Gedankenmuster, die da verstrickt sind. Es sei respektlos, jemanden zu unterbrechen. Nee, das kommt ganz auf den Case an. Case by Case. Wenn du jemanden unterbrichst, weil du nur an dich selber denkst und du sagst, ey, ich will über was anderes reden, was mich interessiert. Oder beziehungsweise, ey, ich habe Hunger. Ja, das könnte Assi sein. Aber wenn du jemanden unterbrichst, weil du Interesse zeigst, wo du sagst, ey, ganz kurz, du hast gerade das und das erwähnt, erzähl es nochmal, was meinst du damit? Dann ist das nicht nur interessant, es ist auch attraktiv, weil du zeigst, du kannst Regeln brechen und du liebst diese Person vor dir gerade, du liebst das Kennenlernen, du hast Interesse, authentisch und Unabhängigkeit und damit sind wir immer wieder bei diesen beiden Faktoren. Unabhängigkeit plus Interesse, so entsteht wirklich Anziehung. Und wenn du dich in dieser Folge bisher wiedererkannt hast und spürst, nicht nur denkst, sondern auch spürst, das macht absolut Sinn und ich will mehr ich selbst sein, dann macht es halt auch keinen Sinn mehr, irgendwie zu schauen, irgendwie wie du Frauen rumkriegen kannst. Weil das ist halt dann eine Ideologie, die einfach auf Trennung basiert, auf irgendwie, dass Frauen und du ein anderes Ziel haben, als ob Frauen irgendwie nicht dich kennenlernen möchten und dass du irgendwie etwas herausfinden musst, dass du den perfekten Satz herausfinden musst, um sie rumzukriegen, dass du irgendeine Rolle spielen musst, um sie rumzukriegen, dass du irgendwo in einen Club gehen musst und dann, keine Ahnung, halt diese Rolle spielen musst, damit du unbedingt mit einer nach Hause gehst. Und das ist halt alles, dieser Gedanke von gegeneinander, das ist der Gedanke von, ich muss den richtigen Satz haben, ich muss die richtige Person sein, weil so wie ich bin, bin ich falsch. Das macht halt dann ab sofort, wenn du das hier verstanden hast, was wir dir gesagt haben, über emotionale Unabhängigkeit, dann macht diese andere Ideologie überhaupt keinen Sinn mehr für dich. Das ist einfach dann etwas, was für dich, also wenn du halt noch da irgendwie auch dich in den nächsten Wochen vielleicht wieder findest von, ja, aber ich muss ja irgendwie doch schon irgendwie herausfinden, wie ich jetzt die Frau rumkriegen kann. Sobald du dich bei diesem Gedanken erwischt, komm doch mal zu dieser Folge zurück, hör sie dir nochmal an. Das ist nicht das, was du willst. Das ist nicht das, was irgendein Mann möchte. Das ist nicht das, was irgendeine Frau möchte. Das ist nur das verletzte kleine Kind, das glaubt, jemand anderes ist ihm etwas schuldig, eine Genugtuung schuldig. Und so entsteht halt noch mehr Leid. So entstehen halt dann die Geschichten von Herzschmerz, so entstehen die Geschichten von Menschen halten halt irgendwie etwas zurück, weil sie nicht verletzt werden wollen und was halt dann dazu führt, dass sie sich halt noch mehr verletzen, weil beide sich halt nur irgendwie vorsichtig aneinander rantasten in irgendeiner Beziehung und die nennen das dann Beziehung und haben dann irgendwie On-Off-Beziehungen und so weiter, weil einfach keiner von beiden die sprichwörtlichen Eier hat, sich zu öffnen. Das mit einem offenen Herz auf den anderen zuzugehen und dann kommt halt dieses so, dieses Ich, ja, du hast recht, ich mag dich, wie der Teilnehmer gesagt hat, das kommt halt dann an einer Stelle zu spät. Das kommt dann halt auch dann dadurch halt unauthentisch, weil du halt im Vorfeld nicht sehr authentisch warst, weil du im Vorfeld nicht verehrt hast, weil du im Vorfeld nicht geliebt hast, sondern dich vorsichtig herangetastet hast, weil du sie rumkriegen wolltest, weil du das Richtige sagen wolltest. Und dieses sich selber wirklich so zeigen, ist eben nicht nur beim ersten Ansprechen wichtig, es ist auch nicht beim ersten Date, also es ist nicht nur beim ersten Date wichtig, es bleibt wichtig. Es bleibt wichtig in die Beziehung hinein, auch nach zehn Jahren Beziehung. Es bleibt weiterhin wichtig, es ist eine Basis und deswegen kannst du dir diese Folgen und diese Tipps nicht einfach nur so als, okay, ich nutze das jetzt mal und wenn es funktioniert hat, jetzt mag sie mich, jetzt brauche ich das nicht mehr, kannst du nicht so sehen. Das ist wie, ja gut, ich habe ja jetzt gerade zurzeit saubere Zähne, da muss ich ja nicht mehr die Zähne putzen. So funktioniert das nicht. Die guten Gewohnheiten, die bringen dich irgendwo hin und dann machst du diese Gewohnheiten bitte auch weiterhin, wenn du da bleiben möchtest und das bedeutet nicht nur die Offenheit haben, auf andere Leute zuzugehen, die Leichtigkeit haben, dabei zu verspüren, dich für Unabhängigkeit zu entscheiden, Flirtelemente nutzen und so weiter. Das ist nur der erste Schritt. aber es ist eine lebenslange Aufgabe, die Bereiche, wo du Angst hast, anzupacken und deine Angst zu überwinden, um zu dem Mann zu werden, den du dir selber gerne im Spiegel angucken würdest, wenn du 20 Jahre älter bist, 30 Jahre älter bist oder dem Mann, den du gerne als Vorbild gehabt hättest, als du ein kleiner Junge warst, als du nicht dieses Vorbild hattest. in puncto Frauen, in puncto zu sich selber stehen und so weiter. So, das ist eine lebenslange Aufgabe, weswegen wir von diesen neuen Gewohnheiten nicht als hier mal reinschnuppern sprechen können, sondern wir müssen uns wirklich ganz genau anschauen, wo sind deine aktuellen Ängste? Wo traust du dich aktuell nicht, dahinter zu blicken und etwas Neues zu wagen? Das kann sein, dass das das Frauenansprechen ist, weil du das noch nie gemacht hast oder weil du denkst, ja, online hat es bisher ja ab und zu mal funktioniert oder es hat noch nie online funktioniert, aber wo soll ich es sonst machen? Okay, kann sein, dass es Frauenansprechen ist. Kann sein, dass es nicht das Frauenansprechen ist, weil du schon seit Jahren gerne mit Frauen redest und auch gerne mal Frauen ansprichst hier und da, aber du weißt nicht, wie es dann weitergeht, wie dann die Frau auch nach dem ersten und zweiten Date Interesse hat und dass das Ganze dann auch zu einer Beziehung oder andererweitig romantischen Beziehungen führen kann. Okay. Okay. Dann, was ist dein aktueller Punkt, wo du dich nicht traust, darüber hinaus zu gehen? Vielleicht hast du für dich eine neue Komfortzone, also eine Zone, in der du dich komfortabel fühlst, erschaffen, die früher für dich total außerhalb deiner Komfortzone war, weil du gedacht hast, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht und dann hast du an dir gearbeitet. Respekt. Hut ab. Und dadurch wurde etwas für dich komfortabel und leicht, wie Frauen ansprechen zum Beispiel, was früher für dich undenkbar war. Mega. Aber ist nicht das Ende der Reise? Was ist denn die nächste Zone, wo wir uns begeben müssen, um zu wachsen? Um weiterhin der Mann zu sein, der an sich arbeitet, der authentisch ist mit seinen Bedürfnissen, Ängsten und dann eben auch diese anpackt. Ja. Das ist keine Qual, das ist die Ehre deines Lebens und es macht auch mega Spaß, wenn du diese Unabhängigkeit integriert hast, wenn du dich jeden Tag dazu entscheidest. Dann ist das nicht eine Qual, dann ist das nicht so, oh Gott, das hört nie auf, Andi, ich muss immer weiter, immer weiter kämpfen und immer wieder gegen die Wand, immer wieder gegen die Wand. Ne, 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 eben nicht. Das ist ja genau der Punkt. Du rennst dann irgendwann nicht mehr gegen die Wand, sondern du erreichst immer wieder neue Plateaus und dann genießt du dieses Plateau für eine Weile und hey, irgendwie geht es nicht weiter, was ist denn die nächste Erhöhung? Und dann packst du die nächste Erhöhung an und dann hast du ein neues Plateau. Hey, krass, jetzt genieße ich das mal, aber ich will weitergehen. Okay. Und immer weiter geht es weiter nach oben. Du erreichst diese neuen Plateaus nicht, weil du dich damit zufrieden gibst, wo du gerade bist, sondern, weil du es für dich als Lebensaufgabe siehst, der Mann zu werden, der du immer werden wolltest und den du als Vorbild für deine Kinder irgendwann sein solltest. Und das ist dann auch das, was den Unterschied macht im zweiten und im dritten und im vierten Level, sagen wir mal, wenn wir von Computerspiele reden, weil wenn du gut darin bist, mit Frauen zu reden, aber du schaffst es dann nicht, dass Frauen sich mit dir auf ein Date treffen, sagen wir mal, dann hast du diesen einen Bereich, ehrlich sein mit deinen Bedürfnissen, beim Hallo sagen, überwunden, aber du hast ihn noch nicht überwunden, im Bereich zu deinen Bedürfnissen zu stehen, dass du mit ihr auf ein Date gehen willst. Okay, wie schaffen wir das? Da ist wieder irgendwas, irgendeine Blockade. Dann frag doch mal Frauen, bist du eigentlich Single? Warum waren wir zwei noch nicht auf einem Date? Was wäre dein Lieblingsdate? Wenn du dein perfektes Date dir vorstellen könntest, was wäre das? Okay, mega. Nächsten Mittwoch, 17 Uhr. Wenn du dich diese Dinge noch nicht traust und du aber sagst, oh Mann, ich habe so viel schon an mir gearbeitet und Frauen, es klappt immer noch nicht, aber dann brauchst du dich nicht zu wundern, weil es ist und bleibt eine Lebensaufgabe, zu seinen Bedürfnissen zu stehen, in jedem Level. Auch wenn du dann mit der Frau auf einem Date bist und es gibt dieses neue Level und ihr werdet einfach keine Beziehung, es landet einfach in der Friendzone und ihr schlaft nie miteinander. Okay, neues Level, zu deinen Bedürfnissen zu stehen, mit ihr auch über Sex zu reden zum Beispiel oder sie an die Hand zu nehmen, mal beim Spazierengehen ihre Hand zu halten, das selbstverständlich zu integrieren in dein Date-Verhalten, in dein Verhalten mit Frauen, mit denen du in einem romantischen Kontext stehst. Diese Schritte zu gehen, sie zu küssen, da gibt es auch viele Wege, das zu machen, viele spielerische Möglichkeiten, den Nicht-Kuss-Kuss, kannst du googeln, auf YouTube habe ich ein Video zu gemacht, gibt es viele Möglichkeiten. Das sind diese kleinen Salz- und Pfeffersachen, die du dann dir nehmen kannst. Aber am Ende des Tages ist es nicht dieser eine Tipp oder der Nicht-Kuss-Kuss oder so nimmst du sie an die Hand oder so sprichst du Frauen an, wie ich das Video im 53 Frauen ansprechen gemacht habe. Es sind nicht diese einzelnen Sachen, sondern es ist die Summe der Gewohnheiten und die Hauptgewohnheit ist die Gewohnheit zu sagen, ich bin nicht perfekt, ich muss auch nicht perfekt sein, ich bin gut so wie ich bin, aber ich bin ein Mann, der an sich wächst und an sich arbeitet und das wird nie aufhören. Das ist die Grundgewohnheit, das ist die Grundeinstellung und aus der entwächst dann in jedem Level eine neue kleine Herausforderung und die überwindest du dann genauso. Denkst du, nach zehn Jahren wird es leichter? Warum trennen sich so viele Pärchen? Warum trennen sich so viele Paare? Alter, weil sie Angst haben, ihre wahren Bedürfnisse anzusprechen und weil sie, Entschuldigung, scheiß Kommunikatoren sind. Weil wenn sie sie ansprechen, dann sprechen sie sie halt egoistisch an oder auch da wieder viel zu spät, wie mit dem, ja, ja, ich mag dich. Das ist aber viel zu spät im Flirt gewesen. Es war an dem Punkt, wo er schon Angst hatte, sie zu verlieren. Dann hat er versucht, das wieder rumzukriegen, was ich auch super häufig sehe im Chat, wenn Männer dann mit Frauen schreiben und dann, naja, die Frau schreibt immer weniger, immer weniger, immer weniger, ja, ich weiß nicht, ob ich da zu einem Date komme oder nicht. Und dann versuchen sie, die Frau zu überzeugen und sagen, ich mag dich auch wirklich, du warst übrigens richtig toll und ich mag das und das an dir. Oh Gott, so inauthentisch. Du versuchst sie einfach nur zu überzeugen und jetzt gibst du ihr noch mal so ein richtig krasses Kompliment. Es ist so eine Kriecherei. Es ist einfach nicht echt. Bitte, bitte, verehre mehr Frauen, aber dann sei auch okay damit, wenn sie nicht darauf antwortet. Sag dann nicht, oh nein, es hat wieder nicht geklappt, sondern sagt dir, alter, mega geil, ich stehe zu mir selber und ich verehre Frauen. Ist das nicht schön? Wo ist die nächste Frau, die ich verehren kann? Du, du siehst wundervoll aus. Wow, hast du eine tolle Ausstrahlung. Cool, wo ist die nächste Frau? Oh wow, du bist wunderschön. Wenn du so drauf bist, okay, bitte, dann, ey, weiter so. Das wird dich auch dann zu deinem Ergebnis führen. Gibt es natürlich vielleicht andere Sachen, auf die du achten solltest, aber in der Beziehung nach 10, 20 Jahren, warum trennen sich Leute dann? Ich sehe es ja auch immer wieder. Wir sprechen mit so vielen Männern bei uns in der Flirtibung-Karismanalyse, die 50, 40 sind und die eine gescheiterte Ehe hinter sich haben. Warum ist die Ehe gescheitert? Weil beide jahrelang nicht ihre Bedürfnisse ausgesprochen haben, sie nicht gelebt haben, weil sie aneinander vorbeigelebt haben, nicht miteinander kommuniziert haben und oft auch, weil sie das von Anfang an so gemacht haben und dann war alles einfach von Anfang an unter dem falschen Stern. So, es hört nicht auf, mein Freund, zu deinen Bedürfnissen zu spähen. Dann ist halt der andere, dann ist halt der Ehepartner immer der Schuldige dafür, dass ich nicht glücklich sein kann. Mir würde es ja besser gehen und ich würde ja ein ganz tolles Leben führen, aber meine Frau, die möchte nicht, dass ich XY mache und wer hat denn, also wir landen halt immer wieder beim gleichen Thema und ich glaube ich irgendwie in dieser Folge immer wieder beim gleichen Thema. Wer hat dann die Macht über dich? So, dann lerne mit ihr darüber zu kommunizieren. Lerne eine, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Das ist dann auch keine Sache von, was viele falsch verstehen, von Kompromisse finden. Kompromiss bedeutet immer, beide verlieren gleichermaßen, beide sind am Ende gleichermaßen unglücklich. Das ist kein Win-Win, Kompromisse ist lose-lose, um aus dem Zweck irgendwie zusammen zu bleiben. Aber es gibt Möglichkeiten dafür, dass ihr euch beide, dass ihr eine Synergie entsteht. Aus eins und eins wird dann 300.000 statt zwei. Und das ist halt einfach dann die Kommunikation und die Kommunikation basiert auf Liebe und wenn sie auf Liebe basiert, dann basiert sie auch auf Geduld und Verständnis und auch dann, wenn du halt irgendwie den Wunsch hast, vielleicht als, ihr seid vielleicht drei Jahre verheiratet und habt irgendwie jetzt ein zweites Kind, aber du hast trotzdem Lust, andere Frauen anzusprechen und kennenzulernen und andere Frauen zu daten, dann ist das, dann ist das ein valider Punkt. Du darfst diesen Wunsch haben, du brauchst den nicht unterdrücken und dann irgendwie, weil du irgendwie dir vorstellst, ja, meine Frau möchte das ja sowieso nicht, die braucht das sowieso gar nicht ansprechen und weil ich mich jetzt dafür entschieden habe, diese Frau zu heiraten und seit drei Jahren mit ihr verheiratet bin, seit zehn Jahren, zwanzig Jahren mit ihr verheiratet bin, habe ich dann irgendeinen, mache ich sie schuldig dafür, dass ich nicht glücklich sein durfte, vor zehn Jahren und diesen Weg gegangen bin. Aber was ist, wenn du das einfach mal ansprichst und dann einfach so ihr, einfach, weil, wenn du ein Bedürfnis hast, dann darfst du das ansprechen, genauso wie sie das Bedürfnis, ihre Bedürfnisse ansprechen kann und dann findet ihr Möglichkeiten, dass sie das, dass sie das machen könnte und das muss aber nicht sofort sein. Vielleicht ist das ja nicht mal dein Bedürfnis. Das ist ja das Krasse. Was ich in all meinen Jahren an Beziehungen gelernt habe, ist, wenn du ein Bedürfnis äußerst und du einen Partner hast, der offen mit diesem Bedürfnis umgeht und ihr redet dann darüber, stellt sich so oft heraus, dass hinter diesem vermeintlichen Bedürfnis ein eigentlich ganz anderes Bedürfnis liegt. und dann könnt ihr das eigentliche Bedürfnis anpacken. Dann ist es vielleicht nicht, ich möchte andere Frauen kennenlernen, sondern dann ist es vielleicht, ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns noch die Zeit nehmen oder dass du dir überhaupt die Zeit nehmen willst, um mit mir intim zu werden, zu schlafen, Zeit zu verbringen. So, vielleicht ist das das eigentliche Bedürfnis und das sprichst du nicht an und vielleicht sprichst du es auch nicht an, weil, wenn du es ansprichst und du hast schon mal versucht, dass sie dann direkt defensiv wurde und gesagt hat, ja, aber du machst doch auch nichts und du könntest doch auch mal. Okay, so, ich weiß. Wir wissen nicht, aber der Punkt ist, es ist nicht immer leicht, aber nur weil es nicht leicht ist, heißt es nicht, dass wir es nicht anpacken sollten. Sei nicht feige. Es gehört zu unserem Job, dafür zu sorgen, dass wir hier Ergebnisse liefern. Das ist die männliche Energie. Wir suchen nach Resultaten, nach Lösungen. Okay, aber auf die richtige Weise, mein Freund. Nicht dann, dass wir dann einfach aufgeben und sagen, ja gut, dann finde ich halt eine andere Lösung und bin einfach verbittert und sage, muss ja, nee, oder geh fremd. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass du mit ihr zusammen die richtige Ehe versuchst zu führen und wenn sie gerade immer wieder defensiv reagieren sollte, zum Beispiel, dann müssen wir das ansprechen. Dann müssen wir lernen, wie wir pädagogischer umgehen. Dann müssen wir lernen, wie wir bei ihr auch dieses Bedürfnis auflösen, welches Bedürfnis hat sie eigentlich. Und dann ebenfalls mal zuhören, anhören, hey, woran liegt das? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Hardtalk zum Beispiel. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie du mit ihr auf die Lösung kommst. Im Zweifelsfall holt euch ein paar Therapeuten. Es gibt so viele Dinge, die dich und Frauen oder deine Frau eigentlich zusammen halten könnten, wo ihr eigentlich so eine krasse Basis habt von einem gemeinsamen Verständnis, gemeinsame Werte, gemeinsame Lebensvision. Aber weil wir so einen großen Schiss davor haben, verurteilt zu werden, äußern wir diese Bedürfnisse nicht und wir ersticken sie im Keim, noch bevor wir Hallo sagen zum ersten Mal zu einer Frau und wir ersticken sie im Keim, wenn wir dann mit ihr zusammen sind. Es ist irre, wie dieses Problem von dem ersten Augenblick an bis zum Tod manchmal dein Leben beschwert und das Geile ist, es gibt halt eine mega schöne Lösung und das ist, dass du anfängst, diese Reise zu genießen, nicht mehr zu wollen, dass jetzt sofort das Resultat kommt, sondern zu sagen, weißt du was Alter, ich bin ein Mann, der an sich wachsen will. Ich will nicht stehen bleiben. Natürlich will ich auch mal angekommen sein und mich auch belohnen und mich ausruhen, 100%, 100%, 1000% sogar, wie wir letztes Mal gesagt haben, feiern und feilen, aber diese grundsätzliche Reise des Wachstums, die hört nicht auf. Da möchten wir nicht in Stagnation geraten oder sogar in dass wir zerfallen, sondern wir wollen weiter wachsen und wir suchen eine Partnerin, die ebenfalls wachsen möchte, dass mit dem Ausblick der Geduld und des Genusses vor allem, der Genuss ist so wichtig, der wird dich so weit bringen, so weit. Wenn ich rausgehe und ich setze mich hin, dann kann ich auch mal eine halbe Stunde lang einfach nur genießen, wie Menschen an mir vorbeigehen und ich kann genießen, wie ein schönes Pärchen gerade Hand in Hand läuft oder sie ihren Kopf auf seine Schultern legt oder wie ein älteres Pärchen dort sich stützt beim Gehen oder wie eine wunderschöne Frau gerade vorbeiläuft und sie hält ein Buch in der Hand oder oder Mann, da ist ein Kerl, der hat so einen krassen modischen Stil. Ich denke mir, Alter, der sieht richtig gut aus. Wow, krass. Gute Entscheidung. Tolles Sakko. So, da ist so viel Bewunderung, so viel Liebe für andere, weil weil ich diesen Kanal durchfluten möchte. Ich mache das nicht, weil ich schleime. Ich mache das für mich. Das ist ein Win-Win. Win-Win bedeutet, es hilft anderen, aber es hilft auch dir. So, dass es anderen hilft, darüber haben wir viel geredet. Lass uns mal diesen egoistischen Teil ebenfalls kurz betrachten. Es hilft mir. Es ist so wichtig für mich, dass ich diesen Kanal der Liebe regelmäßig durchflute, weil es ist ein Kanal, da geht Liebe raus, da kommt aber auch Liebe rein. Das ist ein Kanal, da geht es rein und raus. Und wenn der verstopft ist, wenn du halt sagst, ich kann Leute nicht so sehr verehren und ich sehe nicht die ganze Schönheit überall. Okay, dann kannst du auch keine Liebe reinlassen. Der Kanal ist verstopft. Und deswegen denkst du, niemand mag mich und ich mache ständig alles falsch und die Frauen mögen mich nicht. Das ist das fucking Problem, Alter. Darum reden wir davon. Was du haben willst, gib es und du bekommst es auch zurück. Nicht jedes Mal, nicht sofort, aber es ist ein Prozess, es ist etwas, woran wir Vertrauen stecken können und es ist nun mal so, dass manchmal, wenn du halt ewig in diesen alten Gewohnheiten drin gesteckt hast, dann dauert es eine Weile, bis dieser Kanal durchgespült ist. Es dauert halt eine Weile. Wir müssen halt einige Klempner rufen und es muss halt einige Male geputzt werden. Aber wir müssen halt irgendwo anfangen. Du kannst halt nicht einfach stagnieren und sagen, ja, das ist mir zu viel Arbeit, scheiß drauf. Es sei denn, du sagst, das ist mir zu viel Arbeit, scheiß drauf. Okay, aber dann bist du entweder richtig gut darin, dich selber zu belügen und zu manipulieren, denn ansonsten wärst du nicht hier immer noch nach einer Stunde dieses Podcasts oder nach so vielen Folgen, die du schon geguckt hast. Das ist eigentlich die einzige Lösung. Was ist die andere Lösung? Du bist richtig gut darin, dich dann selber zu manipulieren. Oder du hast diese Folge halt nicht geguckt, weil du dein Leben lebst und sagst, nö, brauche ich alles nicht. Aber dann wärst du nicht hier. Also dieser Punkt, dass dieses, wo ist denn gerade meine Baustelle, weißt du? Das können wir ja meistens gar nicht herausfinden. Wenn deine Baustelle ist, überhaupt mit Frauen zu reden, dann ist das eine Baustelle. Wenn deine Baustelle ist, du bist gerade aus einer langjährigen Beziehung gekommen, du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Da sind vielleicht auch einige Glaubenssätze, die sich jetzt verklebt haben, weil du vielleicht Anfang 20, in Anführungsstrichen, keine Probleme mit Frauen hattest, denkst du dir jedenfalls. Und jetzt aber schon, weil du Freunde und Flirten und alles vernachlässigt hast. Okay, das ist eine neue Baustelle. Wenn du noch nie mit einer Frau geschlafen hast oder gar geküsst hast und du bist vielleicht schon in deinen 40ern, alles klar, dann ist da eine riesengroße Baustelle, was deine Glaubenssätze angeht. Denn jetzt denkst du, oh, der Zug ist fast abgefahren ohne mich, es ist sauspät und da ist ein enormer Druck. Okay, Druck, das ist eine andere Baustelle. Es gibt einfach an jedem Punkt immer wieder Baustellen, die du lösen kannst, aber wo ein Blick von außen essentiell ist, wenn dein eigener Blick bisher noch nicht die Lösung herausgefunden hat. Dann brauchst du einen Blick von außen und deswegen machen wir, was wir machen und wir sind Experten. Und die Entscheidung, dir von einem Experten einmal über die Schultern schauen zu lassen und vielleicht auch Geld in die Hand zu nehmen, zu sagen, ja, ich mache jetzt ein Coaching, das ist das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Wie soll es sonst weitergehen? Und wenn du dir dann sagst, ja, nee, ich brauche keine Hilfe, ich werde mir das alles weiter irgendwie, ich werde die Lösung schon von alleine finden, dann lebst du aber leider in irgendeinem Traum. Also du lebst halt nicht in der Realität, weil es geht halt schon seit Jahren so. Aber es tut mir leid. Ich habe selber Coaching genossen, so oft. Ich habe mehr Geld ausgegeben für Coaching, als du wahrscheinlich jemals überhaupt denkst, ausgeben zu wollen, für dich. Ich habe fünfstellig ausgegeben für Coaching, hoher Betrag, fünfstellig. Die meisten Männer, die zaudern ja schon bei 47 Euro Flirtspezialisten. 47 Euro ist ganz schön viel Geld. Alter, okay. Aber dann, dann liegt dein Problem ganz woanders. Du wirst halt dein Ziel auch nicht erreichen. Da geht es ja nicht darum, dass unbedingt die Flirtspezialisten dir helfen, darum geht es ja gar nicht. Aber wenn du halt schon sagst, ja, nee, das ist mir dann auch zu viel, also dann sprechen wir halt auch über Selbstvertrauen, weil du halt in andere nicht vertraust, dass andere dir helfen können und so weiter. Das ist wieder ein ganz, ganz großes Pass. Ja, Vertrauen, Vertrauen in die Gemeinschaft, Vertrauen in die Welt, Vertrauen, dass es eine Lösung gibt, Vertrauen, dass Menschen gut mit dir meinen. Wenn du damit ein Problem hast zu glauben, dass Männer es gut mit dir meinen können und du siehst all die Anzeichen nicht, na gut, dann siehst du es auch nicht, dass Frauen es gut bei dir meinen und dann lebst du halt weiterhin in dieser Welt des Misstrauens. So, okay, aber das sind die Extremfälle. Wir müssen uns gar nicht auf die Extremfälle fokussieren. Für die Männer, sich schon länger die Frage stellen, wieso es bei mir nicht weitergeht oder sie haben vermeintlich sogar schon die Lösung, warum es nicht weitergeht und sie schieben es auf darauf, dass sie zum Beispiel zu nett sind, zu freundlich. Dafür gibt es Lösungen und diese Lösungen, die erfordern aber deinen Einsatz. Die erfordern neue Gewohnheiten und Gewohnheiten brauchen Arbeit, da musst du Zeit rein investieren, da musst du auch häufig Geld rein investieren und daraus entwickelst du dich zu dem Mann, der du gerne wärst, zu dem du heraufschauen kannst und den ersten Schritt dazu, den gibt es in der kostenlosen Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Da gehst du einfach auf www.flirtanalyse.de www.flirtanalyse.de Den Link gibt es auch in der Beschreibung und dann schau dir einfach mal an, was auf der Seite ist. Step by Step. Du musst jetzt nicht alles gleichzeitig können, aber den ersten Schritt, mein Lieber, den kannst du gehen. Der ist unverbindlich, der ist kostenlos, das ist eine Beratung für dich, für deine aktuelle Situation, für deinen aktuellen Schwierigkeitsstandpunkt. Ob das ist am Anfang des Kennenlernens oder in der Mitte des Kennenlernens oder am Ende des Kennenlernens, weil du vielleicht sogar mit vielen Frauen schläfst, aber es ist einfach nicht die richtige dabei. Okay, haben wir schon sehr viele Männer mitgeholfen. Ja, die richtigen Frauen zu finden ist keine Kunst, die schwierig ist zu erlernen. Das ist relativ leicht zu erlernen, aber warum du immer wieder an dieselben Frauen gerätst, das liegt tiefer begraben. Das müssen wir uns einmal genauer anschauen, weil das ist eine Gewohnheit geworden. Gewohnheiten können wir meistens nicht auflösen, indem wir weiterhin das tun, was wir bisher getan haben. Daher ja der Begriff Gewohnheit. Okay, www.flirtanalyse.de Wir freuen uns auf dich. Bitte gib, bitte, bitte, wenn du nichts tust und du nicht für dich selber einstehen möchtest, heute, dann steh wenigstens für andere ein, gib ein bisschen mehr dieser Liebe in dieser Welt, hinterlass ein Like bei uns, einen schönen Kommentar, ich würde mich freuen, es kommt auch wieder zurück zu dir, garantiert. Wir sind alle ein Teil von einem großen Organismus, der gerade sehr verwirrt ist und ein bisschen sich selber versucht anzugreifen und das ist nicht gut in der Gesellschaft. So, lass uns ein bisschen mehr Liebe geben, dann kommt es ja auch ein bisschen wieder zurück. Wenn du Auto fährst, fahr vorsichtig, bitte, ja, wir wollen, dass du noch lange uns in der Welt und der Frau, die du noch kennenlernen wirst, erhalten bleibst. So, hab einen wunderschönen Tag. Tag.